Habt ihr mal überlebt, die Menschen zu bannen, die solche Musik machen? Ich wär dafür, ich würd abstimmen. Ich rutsche um die Wette, ich spring ins blaue Land. Mein Oma kann in den Rauschen sitzen, doch ich weiß schon genau. Ich stimme mit Pinguinen, mit kleinen süßen Pinguinen. Ich geh jetzt hier gerade in die Rampage, hab ich das Gefühl, gleich. Siehst du das? Green, wo bist du? Green! Fall ist für dich. Och man, ich wollte dich damit abwerfen. Oh Gott, was hast du da hingeworfen? Hey, 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 hey. Hallo, 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 hallo! Hey, du hast das Smoking geworfen. Hey, erschreckt mich nicht so. Giera- Giera... Nee, das Gira ist K.O.S. Ok, dann wird's ja nicht die K.O.D. Ich hab ja gesagt der Geur Rampage. Wenn dir das Lied noch weiter anmacht. Hey André, du bist der Letzter, viel Spaß Da haben wir genau den Richtigen das gegeben, das E-Tame Ihr habt keine Chance gegen den André mit meinem super E-Tame Absolut, wie viele müssen in der Runde geleftet sein, dass 6 bis 9 2 Trainer sind und 1 D-T 3 3 2 Bei 8 Leuten ist schon ein D-Tame Ja So, um jetzt André den kompletten André, nutze es, nutze es André Was denn du? Setz es weise ein Oh, du hast dir kein Radar gekauft? Sag mir du nicht, was ich zu tun habe Ja André weiß die ganze Zeit, wo du bist Das ist ungünstig, was? Was? Oh, Alter Wollen wir mal was? Wieso hört der da, der hat uns da oben teleporten